Volk von Burghausen, Krieg ist kommen über das Schönland. Grund im Salzburgischen sind die Bergknappen und die Städter aufgestanden, haben den Erzbischof gefangen genommen und halten ihn auf seiner Burg fest. Hier in Burghausen sammelt sich nun ein Großherr von Landsknechten. 10.000 Mann werden hier eintreffen und hier los am Ende nehmen. Um dann zu marschieren, gehen Salzburg. Hört die Trummen, sie sind die Wandmarsch. Ich hoffe, ihr habt Türen und Fenster versperrt und die Jungfrauen gut verwahrt. Denn wenn die Landsknechte nicht das kriegen, was sie wollen, sie sind imstande und nehmen sich alles. So hütet eure Jungfrauen. Doch wir als Vizidom haben vorgesorgt. Wir haben auch Kriegsnächte geworben und der Lagerplatz wird sein beim Pulverturm. Unter unseren Kanonen sind sie wohl verwahrt und werden Ruhe geben. Doch nun warten wir auf den Einzug der Landsknechte und in seiner Mitten wird er kommen. Herzog Willen IV. wird sie anführen. Als junger Held wird er einziehen und dann auf Salzburg, um den Erzbischof Matthias Lang zu befreien. Schau mal, was ist denn da los? Was ist denn die Leute da? Schau mal, die so lauter bewaffnet. Ich sehe jetzt nur nichts, weil da noch so viele Leute hinten stehen. Ich sehe es schon. Dann hört ihr schon. Wir haben ja hier Trommel. Ja, das kommt der. Die werden wieder krassen. Der Einzug der Landsknechte. Jubel und Handgeklapper. Stimmen Sie bestimmt. Jubel und Handgeklappen. Jungen. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.